Was hat das gemeinsame Studium nach Köln verschlagen? Uns hat das gemeinsame Studium nach Köln verschlagen. Auch das Kölner Umland durften wir dadurch kennenlernen. Land und Leute haben uns direkt sehr gut gefallen. Dadurch macht mir die tägliche Arbeit mit meinen Patienten sehr großen Spaß. Ich möchte für meine Patienten in erster Linie auch ein Berater sein, um ihnen individuelle und optimale Lösungen anbieten zu können. Ich finde es sehr, sehr schön, hier in Bergisch Gladbach und in der Region zu arbeiten. Die Patienten nehmen uns hier ganz herzlich an, als wären wir Teil ihrer eigenen Familie. Und ich freue mich auch in den nächsten Jahren, diese Patienten weiterhin wie meine Familie medizinisch begleiten zu können. Viele Patienten suchen einen Partner und kommen deswegen auch zu uns, weil sie jemanden suchen, der sie nicht nur berät, sondern ihnen auch ein System anbieten kann, mit dem sie ihre Zähne langfristig gesund halten können. Ich bin froh und stolz, dass wir jetzt schon über viele Jahre das gleichbleibende Team an unserer Seite haben, die mich optimal dabei unterstützen können, den Patienten zu helfen. Im Bereich der Prophylaxe arbeitet bei uns eine langjährige Mitarbeiterin. Sie hat sich speziell fortbilden lassen zum Bereich der zahnmedizinischen Prophylaxeassistenz. Sie arbeitet ganz eng mit uns zusammen und unterstützt unsere Patienten im Bereich der häuslichen Mundhygiene und hilft ihnen, das zu optimieren. Die Patienten wünschen keine Reparationszahnmedizin, sondern wünschen, dass man ihre Zähne langfristig gesund hält und möchten, dass man sie darin unterstützt und auch berät. Und das ist eigentlich auch das Schönste, was man bei der Arbeit machen kann. Untertitelung des ZDF, 2020